hi und herzlich willkommen ich möchte euch heute informieren über einen livestream den ich am kommenden sonntag machen werde und zwar geht es dabei um eine pre-show zu patch 6.2 was werden wir machen ganz ganz einfach wir werden beginnen damit noch mal ein bisschen über die inhalte des kommenden content patches zu sprechen quasi was ist alles drin was kommt alles wo findet ihr es auch ja live vom ptr quasi und damit ihr einfach noch mal richtig vorbereitet zeit werden wir das durchgehen wenn wir da schauen was ist da wo vorhanden werden dann noch mal übergehen zu einem red talk hier über die höllenfeuer zitadelle in der ich auch gerade bin geiler geile optik oder also der raum hier sieht richtig richtig gut aus finde ich rein optisch hat blizzard der ganze arbeit geleistet werden wie gesagt über die höllenfeuer zitadelle sprechen noch mal ein bisschen vielleicht kurz auf die bosse eingehen jetzt nicht ganz so intensiv wir haben ja letztes mal schon red talk gehabt mit einigen informationen dazu aber halt jetzt noch mal gerade im ausblick auf die auf den kommenden patch vielleicht mal kurz über die klassen was sind so die stärksten tanks was sind die stärksten dds was sind die stärksten heiler da noch mal einen blick rein werfen und zum abschluss wird es dann auch noch mal ein quiz geben ich weiß nicht quiz ob ihr schon kennt ob ihr schon mal mitgemacht habt aber wir haben des öfteren schon ein quiz in einer live show gehabt und es macht immer tierisch viel spaß da über einzelne bereiche zu reden dieses mal ist es hier das patch 6.2 quiz wie ihr seht hier einzelne themen die legion ist coming ja was wird sich darunter wo verbergen welches themengebiet ich verrate es natürlich jetzt noch nicht nicht zwecklos fallen tarn ans blätter hört sich ja nicht ganz so unspannend an so wanderte ich durch raum und zeit o captain mein captain und der flug der nachtfalken das sind unsere quiz themen für das quiz am sonntag zur pre-show zum kommenden patch denn wie ihr ja sicherlich wisst kommt am mittwoch dem 24 juni der zörn des hollenfeuers auf euch und darauf solltet ihr wirklich bestens vorbereitet sein das macht ihr am besten eben wenn ihr am sonntag einschaltet ab 18 uhr hier zu unserer patch 6.2 pre-show live auf meinem twitch kanal also nicht so wie bei ach ihr wisst schon guckt einfach in die beschreibung ja da seht ihr es dann ganz genau gibt es eben auf twitch hier die große pre-show zum patch ich freue mich schon ich werde einige gäste haben welche genau wird noch nicht verraten zum teil weiß es auch noch nicht ja aber wird eben noch nicht verraten und dann schauen wir noch mal was wir so an infos für euch haben denn es ist noch eine ganze menge offen einfach was ihr wissen könntet was sich lohnt zu wissen welche set bonis sind zum beispiel die besten wir werden da noch mal drauf schauen wenn also richtig handfeste infos für euch haben für wen lohnt sich das t18 set am meisten wie gesagt beim red talk teil eben über die klassen über die inhalte übers fliegen und es ist so viel drin es gibt so unglaublich viel in diesem patch und am sonntag solltet ihr dann ab 18 uhr dabei sein zur patch 6.2 pre-show ich freue mich drauf ich hoffe ihr schaltet ein bis dahin euer benjen